Hey Freunde, heute spielen Abog und ich, wenn ich du wäre und Abog, wenn ich du wäre, würde ich den Polizisten ja so eine boxen. Mache ich. Okay, moin Leute. Komm, schnell weg. Hey, du willst doch nicht verabschieden werden. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aussteigen. Okay. Und jetzt würde ich dann auch eine boxen. Okay, dann mach ich das auch. Der hat mich gleich, der hat mich gleich. Okay. Ich habe dir auch eine geboxt. Komm, wir müssen abhauen. Okay, lass abhauen, lass abhauen. Lass abhauen. Ey, Abog, wenn ich du wäre, würde ich jetzt wieder einsteigen. Hey, komm, komm, komm. Hey. Komm. Lass abhauen. Ey, Freunde, ihr habt das vielleicht mitbekommen, wir spielen heute, wenn ich du wäre und es gibt viele lustige Aufgaben. Und du merkst, wir werden verfolgt, ne? Ja, ich weiß. Ah, du darfst, wenn ich du wäre, sagen. Oh mein Gott, nein. Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt erst mal zum Dealer fahren, der ist hier rechts abbiegen. Okay. Ich dachte, du wolltest mich trollen, deswegen wäre ich jetzt beinahe auf die Schiene gefahren. Nee, der ist hier gegenüber bei dem Haus, links, 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 bei dem Haus gegenüber. Ja, ich weiß doch, wo der Dealer ist. Ah, da, 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 da ist der Dealer. Da, ich würde den Flüchtlingen fahren. Okay, ja, okay. Okay. Komm, nimm jetzt erst mal schnell was. So, und dann nimm die Nockles noch mit, so, und jetzt habe ich eigentlich genug. Okay, aber, jetzt darf ich ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt Babo beschützen, während er hier den Toolshop ausraubt. Ey, was? Ah, der Toolshop ist schon ausgeraubt, Mist. Okay, ja gut. Babo, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt den Polizisten erledigen. Ja, ich versuch's doch schon, ich hab mir schon ein paar Hits mitgegeben. Ich muss dich dir jetzt helfen, oder was? Ja, so, komm, wir machen den Reifen fast. Ist der jetzt in deinem Auto drin, ne? Der wird mich abgeschneitzt. Ja, du bist da, vorher hingelaufen, in meinem Schuss. Ich muss nachladen, pass auf, pass auf. Ja, ich hab auch gerade. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ich hab ihn schon tot. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Oh, das Ding. Ich treff ihn gar nicht. Ich bin tot. Ich hab schon zwei kritische Hits gegeben, und einen normalen. Aufdeckung. Ich hab ihn gar nicht, ich muss ins Auto, ich kann sofort trocken. Drei Mal, drei Mal hab ich ihn getroffen. Vier Mal, er ist down, er ist down, er ist down. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, ey, ich bin fast down. Ja? Äh, lass mal ins Gefäng... Äh, ins Krankenhaus fahren. Ja. Ja? Okay, du bist auch dran mit, wenn ich du wäre, weil ich hatte ja gesagt, wenn ich du wäre, würde ich ihn erledigen. Boah. Ah, stimmt, ja, gut, ich dachte, ja... Ich musste ja eingreifen. Ja, ja. So, lass mal aufpassen, ey. So, wir müssen jetzt hier erstmal ins... Aber auch wenn ich du wäre... Nee, mein ich nicht. Mein ich. Ich hab nur noch 17 Schuss, ne? Wir müssen gleich schon wieder zum Dealer. Ich hab auch... Warte mal, ich hab, äh, ich hab 35 Schuss noch. Freunde, wir machen jetzt einen Schnitt, und dann sind wir wieder da. So, aber auch, das Video geht weiter, und ich rufe jetzt mal die Polizei und schreibe, wir sind im Krankenhaus, let's go. Hier ist ein Polizist. Hier ist ein Polizist. Ich setz mich... Oh, nice. Das ist mein Auto, ne? Ey, aber auch wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier kurz warten, bis ich, äh, ne Runde ums Krankenhaus gedreht hab. Ich hab ja grad die Polizei gerufen. Hey! Hey! Ich beeil mich, ich versuch mich wirklich zu beeilen. Hey! Ich bin auf einen kurzen Weg. So, hier kommt ihr rein. Ja, ich beeil mich wirklich. So, ich bin schon fast komplett rum, ich muss nur eine Seite fahren. Du laberst. Ah, da bist du, da bist du, da bist du. Ja, ich komm wirklich. Da kommt ein Polizist! Ja, steck doch ein. Da kommt ein Polizist. Ja, 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 ja. Ja, fahr los! Ja, okay. Ja, ich bin drin. Okay, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du? Ich bin den abknallt. Ich hab nur noch 17 Schuss, ne? Ja, ich hab nur 35. Einen Schuss reicht. Junge, warum steckt der nicht aus? Ich geh von der anderen Seite. Hey, der hat grad grad keinen Bock auf uns. Ja, okay, dann lass weiterfahren. Dann lass weiterfahren. Na gut, Bapo. Wenn ich du wäre, würde ich ja zum Waffendealer... Würde ich jetzt zum Waffendealer fahren. Ja, mein Auto fährt doch nicht los. Denn ich brauch Nachschub. Okay. So, du weißt, wo der Waffendealer ist, ne? Ja, ich weiß, wo der Waffendealer ist. Hier ist ein Waffendealer beim Toolshop. Alter, was ist hier denn los? Ja, wir haben einen richtigen Großansatz ausgelöst. Oh. So. Ich muss mal eben nachladen. Refill. Der ist jetzt übrigens hinter uns. Okay. Lass den uns mit hin. Wo ist der? Ich spray einfach. Du darfst aber dabei nicht mit ab, oder ne? Hm? Okay, ich fahre einfach auf dein Auto. Nachladen, 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 nachladen. Ich versuche, den hinterher zu laufen. Den sein Auto ist halt so Schrott. Ja, okay. Der haut ab, Alter. Was ist das für ein... Ich feifle jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal direkt refillen. Jetzt wieder von da hinten schießen. Oh, da hinten ballert der. Ja, komm. Soll ich doch machen. Ich glaube, ich habe ihn down gemacht. Ich habe jetzt vier Sterne. Okay. Ich muss wieder refill kaufen. Ja, der macht nix. Wenn wir beim Dealer stehen und abknallen, ist er halt nicht so schlau. Ja, komm, steig ein. Obwohl, da ist jetzt keiner. Dann hätte es noch ein neuer. Pass auf, da kommt ein Bus angefahren. Ja, okay. Steig ein. Wenn ich du wäre, würde ich einsteigen. Ja, mach ich. Ja, dann mach ich. Ja, ich bin noch drin. Fahr, 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 fahr. Warum legen die keine... Oh, der ist eingestiegen. Ja, geil. Lass ihn mal mitnehmen. Lass ihn mal mitnehmen. Irgendwo am Arsch der Welt und dann killen wir den. Und dann lass ihn killen. Okay. Okay. So, ich warte, hier ist gut. Rauschelle ist richtig, richtig bitter. Rauschelle ist geil. Richtig bitter. Drück einfach drauf. Ja, warte, hier in der Ecke, wo auch keiner kommt. So, und jetzt? Aber Wendefeuer. Oh, okay. Der will mich festnehmen. Der will mich festnehmen. Er hat mich schlecht. Der muss nachladen. Der will dich auch festnehmen. Ja, ja. Ich knall ihn ab. Und? Er hat mich gleich. Oh, schnell weg. Gut. Oh, ich hab den... Nein, nein, nein. Ich hab den Knall an. Oh, ich hab den Knall an. Oh, ich hab den Knall an. Ja, ja. Okay, jetzt müssen wir schnell wegfahren, weil Wenden ist hier nicht so einfach. Du bist übrigens dran. Mach Anlock. Mach Anlock. Ach so, sorry. So, 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 okay. Du hast jetzt ja gewendet. Und wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt aussteigen und einen Reifen kaputt schießen. Okay, mach ich. Dann mach ich den Reifen bei dir. So, okay. Du bist so gemein, ne? Aber hier ist direkt der ARC. Und davon sind die da. Das heißt, wir können nachladen. Eigentlich können wir das machen, ne? Ey, du bist ja gerade richtig gescited. Übrigens, sie kriegen Bescheid, wenn die einen Cop umgebracht wird, ne? Ja, ich weiß. Wenn ich du wäre, würde ich zum anderen Ende des Tors laufen. Also nicht dieses Tor, sondern das andere. Ey! Was machst du da mit mir? Okay, der Lauf. Der hinten ist ein Polizist. Ja, und? Bro, der hinten ist ein Polizist, ne? Siehst du nichts für? Da sind zwei Polizisten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich fahr durch hier Dingens und versuch dich zu finden. Okay, da ist ein Polizist. Wenn du eine Leite hast, dann... Oh, Junge, doch nicht so! Um auf diese Seite wieder zu kommen. Ja, ich komm auf die andere Seite. Oh nein, nein, nein. Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm her, komm her. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Komm her zu mir. Komm her! Ja, ich komm doch. Oh mein Gott, der hat mich sofort. Der hat mich sofort. Der hat mich sofort. Der hat mich sofort. Ich fahr die an. So, schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Komm. Was machst du? Was bist du für ein Partner? Ja, komm. Ja, wie soll ich kommen? Ich bin getasert. So, ich bin drin. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin drin, okay. Fahr! Mach ich doch. Fahr! So. Oh, ich bin fast tot. Der hat mich gleich, ne? Mich gleich auch. Ich bin verhaftet. Moin. Moin, Meister. Das ging nicht! Einen will ich noch verledigen. Du schießt doch meinen hier ab. Einen hab ich noch erledigt. Schießt meinen ab. Die killen mich doch gleich. Das sind drei Polizisten. Oh mein Gott, ich bin im Auto. Du stirbst sowas von. Du stirbst. Nein! Jim! Oh mein Gott. Aber du bist vor mir gesturmen. Ja, du bist... Ey, aber auch. Du hast immer noch dein, wenn ich du wäre, ne? Also, ich bin tot, ne? Oder nicht? Wurdest du nur verhaftet? Ich wurde nur verhaftet. Ja, aber wie soll ich zu dir jetzt sagen, wenn ich du wäre? Also, was wäre da jetzt was Tolles? Ja, guck. Ah, du musst gut überlegen. Gut, aber ich mach meinen Rejoin. Jetzt muss ich hier angeblich so lange in den Knast, aber das ist mir egal, Freunde. Wir haben Robux. Dafür, dass ihr immer einen Like da lasst, kann ich mir immer Robux holen, Freunde. Und ich hab mir Robux gekauft und jetzt bin ich wieder frei. Ey, ich hab kurz einen Moment gewartet, was du so erzählst, weil hättest du das nicht selber von selbst gekauft, hätte ich gesagt, wenn ich du wäre, würde ich das kaufen. Aber so hab ich den, wenn ich du wäre noch. Oh Mann, okay. Okay, Bapo, wir fahren jetzt zum Juwelier. Genau, lass uns mal zum Juwelier fahren, Bapo. Und wenn ich du wäre, würde ich mir da ein bisschen was kaputt schlagen und dann, dass ich das aufsammeln kann, okay? Ah ja, Ehre. Dann würde ich an deiner Stelle, würde ich da erstmal ein paar Vitrinen, mach mal zwei Vitrinen für mich kaputt und dann sammle da nichts von auf, okay? Okay. Ich warte so lange neben dir und mach mich noch nicht kriminell, okay? Ja, gut. Hier ist jetzt schon mal ein bisschen Polizei, aber wenn ich du wäre, weiß Bescheid, ne? Oh Mist. Junge, hier ist ja schon alles kaputt. Ne, draußen sind noch welche. Draußen ist noch alles in Ordnung? Ja. Okay. Dann, äh, dann mach das mal kaputt. Ja, okay. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich das kaputt machen? Ja. So eins, ich warte, bis du zwei kaputt gemacht hast und dann fange ich an, das aufzusammeln. Ja, okay, jetzt kann ich... So, du musst das noch eben aufsammeln. Ja, ich muss... Mach du nochmal eben kaputt? Ja, ich muss eben Energy trinken. So, hier sind ja erst drei Polizisten. Mach das bitte nochmal... Mach das bitte nochmal eben kaputt. So. Bapo, was machst du da? Ja, ich muss... Mann, du musst dich doch eben kaputt machen, die Schaufenster. Ja, Junge, ich beile mich doch. Hier sind doch erst vier Polizisten. Ich hab's auch gemacht. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich du wäre, würde ich schnell wegfahren. Wenn ich du wäre, würde ich schnell wegfahren, lass ich flüchten. Okay, mach ich. Nein, du lass mich doch... Lassst du mich flüchten? Also, ja, okay. So, jetzt. Ha! Ich hab das falsch verstanden. Junge, fahr doch los! Ja, warum bist du so gestresst? Ja, jetzt haben wir einen Polizisten bei uns im Auto. Ja, egal, egal, egal. Junge, der rappt mich. Wo soll ich hinfahren? Äh, einfach nur flüchten, mehr nicht. Okay. Also bin ich jetzt wieder dran? Ja, du bist dran. Okay, Babo, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir, kleinen Stavina? Alter. Ey, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, welche Aufgabe ihr mir jetzt geben würdet. Ich hab schon eine Idee für eine Aufgabe, dafür muss ich aber erstmal ein bisschen fahren. Ein klein Momentchen. Wollen wir eben den Polizisten umknallen hier? Ja, ich will auch zum Dealer fahren. Ich sag dir schon mal, meine, mein, wenn ich du wäre. Und zwar, hier ist ja ein Dealer. Und mein, wenn ich du wäre, ist, dass du bei dir beim Dealer eine Bombe kaufst, okay? Ja, okay. Ah, hier, okay. So, und ich, pass auf, hier ist ein Polizist drin, ne? Ja. Lass den erledigen. Der hat da eine Bombe platziert. Ja, du warst das. Lieber, du hast die Bombe richtig gut benutzt, ey. Richtig schlau von dir. So, ich schreibe jetzt mal in den Chat, haha. Der ärgert sich, das hast du richtig gut gemacht. Das hast du richtig gut gemacht. So. Okay, ey, jetzt bin ich ja wieder dran, ne? Oh, jetzt hab ich, jetzt hab ich die Macht, Freunde. Ja. Hm, Freunde, was könnten wir machen? Muss man eben überlegen. Also, Freunde, wenn, musst dich irgendwie richtig ärgern. Muss dich irgendwie richtig ärgern. Du hast ein Automatwilz in den Beihausraum, währenddessen du überlegst. Ja, das kann ich machen. Ja, Bapo, jetzt hab ich dich schon hochgenommen. Ja, ich weiß auch, du willst entweder wegfahren oder das Auto abschließen. Ich kann das gar nicht aufsammeln, Mist. Das war nicht, wenn ich du wäre. Das wäre, wenn ich, willst du das aushauen? So, okay, dann, wenn ich du wäre, würde ich jetzt wieder zum Juwelier fahren. Okay, dann lass uns das machen. Dann fahr ich da jetzt hin. Beeil dich mal, weil die hier an den Schranken sind rot, ne? Ja, mach ich. Da hast du einen Polizist. Der fährt ja jetzt hin. Ja, wo fährt der denn hin? Der ist abgebogen. Oh, warte mal, den können wir killen. Boah, was ist hier los? Bist du ausgestiegen? Ja, ich bin hier ausgestiegen. Boah, ich bin voll weit weg schon. Ach, komm mal wieder. Ja, ich komm wieder. Warte, ist das mein, wenn ich du wäre? Nein, wir haben noch... Ohne, ich hab schon zwei Hitsmögliche gegeben. Du hast eigentlich zu mir gesagt, wenn ich du wäre, soll ich zum Juwelier fahren. Ja, genau. Soll ich dir auch. Ich hab den schon umgebracht. Na, du machst hier nebenbei noch irgendwelche Sidequests, wo ich dann wieder umdrehen soll. Also, das finde ich schon wieder nicht in Ordnung. Ja, das ist ja freiwillig alles von dir. Okay, also du hast gesagt, wir sollen zum Juwelier fahren. Ja, genau. Okay. Hier ist ja einiges los, ne? Hier ist alles vor mit Sirenen. Barbo. Also, da beim Juwelier, das hat ja gerade alles nicht so gut geklappt, ne? Zwei Fenster sind ja schon frei. Ja. Wenn ich du wäre, dann würde ich mir da jetzt eine Leiter hinstellen, damit ich hier auf dem Juwelierdach klettern kann. Okay, mach das. Warte, und... Warum funktioniert das nicht? Ja, ich bin drauf. Wir sind drauf, wir sind drauf. Okay, nice, 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 nice. Okay, was machen wir jetzt? Äh, also ich rufe gerade die Polizei, wir sind auf dem Juwelierdach. Hast du das auch gemacht? Ja, das schreibe ich jetzt. Okay. Wer von uns beiden ist jetzt dran? Ich bin dran. Also, aber, okay. Ich muss erst mal gucken, wo mein Auto ist. Wo ist mein Auto überhaupt? Mein Auto ist bei einem Gefängnis. Ich habe eine lustige Aufgabe. Wollen wir Nieder dazu bringen, dass sie die Waffe rausholt, dann können wir die umbringen. 1-1, komm. Nee, ich bin schlauer. Guck mal. Da ist ein Kopf, da ist ein Kopf. Unten ist ein Kopf, unten ist ein Kopf. Da ist ein Kopf, unten ist ein Kopf, unten ist ein Kopf, unten ist ein Kopf. Junge, ich habe uns schon mit einem anderen Polizisten gerade gesehen. Ähm, Barbro, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt nach unten springen. Nach unten springen, ja, okay, dann esse ich mal eben einen Cookie, weil sonst sterbe ich nämlich. Du hast gesagt, wenn ich nach unten wäre, wenn ich du wäre, würde ich nach unten gehen. Ich sage, wenn ich du wäre, würde ich nach unten springen. Ja, mache ich jetzt 3, 2, 1, let's go und springen. Ah, lol, hier auf dem Dach drauf. War unbeatzigt. Oh, Mann, ey. So, jetzt laufe ich mal da hinten, ey. Wo bist denn du? Ich bin immer noch auf dem Dach. Okay, ja, das ist gut. Ich versuche dich von unten abzuknallen. Ich sehe dich. Wo bist du? Ach, da. Soll ich dir mal mithelfen abknallen? Ja, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Oh, ich bin gleich selber down. Von irgendwo hat mich jemand abgeschossen. Du, ach, warst du das? Nein. Oh, ich muss nachladen. Junge, ich fall runter. Ich bin tot. Alter, wie schlecht bist du denn? Okay, ich steige hier ein. Hier ist ein Sunny, hier ist ein Sunny, hier ist ein Sunny. Nice, 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 nice. Okay, 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 warte. Oh, hier ist auch ein Polizist, den musst du abknallen. Den musst du abknallen. Ja, ich versuch's doch. Oh, nein. Okay, hoffentlich kommt hier jetzt ein Zug. Hoffentlich kommt ein Zug. Da kommt ein Zug, aber der fährt in die falsche Richtung. Oh, nein. Du wolltest abhauen mit dem Zug. Ja. Ehrenloser. Ehrenloser. Was soll ich denn machen? Der Sunny ist offline ge... Ach, nee, doch nicht. Okay, ich brauche eigentlich eine Sniper. Ist hier ein Dealer? Nee, schade. Dann versuche ich von hier hinten abzuknallen. Oh, die wollen mich arresten. Ich habe denen aber zwei Hits mitgegeben. Drei. Ganz viele. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, mein Gott. Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Wo bist du? Wo bist du? Fahr hier geradeaus. Fahr geradeaus. Junge, kannst du nicht geradeaus fahren? Nö, das war nicht, wenn ich du wäre. Ja, okay, dann, wenn ich du wäre, würde ich jetzt über die Schienen fahren und dann hierher komme ich abholen. Ja, okay. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. So, Junge, ich war fast tot, ey. Ja, ich war ja tot. Und die haben mich wiederbelebt, ey. Ja, und ich habe aber dann die Polizisten abgeknallt von Weitem, weil sie wirklich gestorben sind. Ja, danke, das war richtig gut. Das war richtig gut. Aber die haben auf jeden Fall einen guten Hits mitgegeben. Ich habe auf jeden Fall fünf Sterne. Ich habe nur noch drei Sterne. Hä? Oh, ich war ja tot. Ja, aber da verliert man seine Sterne nicht. So, such mal einen Dealer. Ach so. Ähm, dann schaue ich mal auf die Karte. Der Dealer ist beim Eingang. Ah, okay. Dann können wir da ja hin sofort. Ja, danke, dass du mich den Automaten ausrauben lässt. Ja. Perfekt, danke schön. So, hast du noch irgendwelche Juwelen oder sowas? Ich habe zwei Juwelen mehr nicht. Okay, du hast zwei Juwelen. Aber ich habe auch null Schuss. Ich habe gar keine Waffen mehr. Du hast gar keine Waffen mehr? Gar keinen Schuss mehr. Okay. Ähm, hier bei der Baustelle ist der Dealer. Ah, genau. Gut. Dann würde ich jetzt, wenn nicht du wäre, mir nichts kaufen und nichts verkaufen. Ah, okay, Ehre. Junge, ich bin ja tot. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt zehn Sekunden nicht bewegen. Zähl. Okay. Gut. Zähl laut. Zehn. Neun. Acht. Ja, guck mal, Babo, ich war schlau. Ich stand hier beim Dealer. Ich habe vorher, bevor du mich gekillt hast, alles verkauft. Okay. Dann, äh, würde ich dir empfehlen. Ist ja jetzt kein Wendidu wäre. Aber ich würde ein Rejoin machen. An deiner Stelle. Babo, ich bin schon voll dabei. Ich bin schon voll dabei. So. Alles gut. Alles gut. So. Bist du. Ich bin hier beim Krankenhaus. Wenn du wäre, würde ich jetzt herlaufen. Ich habe gar kein Energy mehr gerade. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt herlaufen. Ja, ich laufe doch. Ich laufe doch. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ja, ich guck mal. Hier, siehst du mir, wie ich springe? Jetzt fühle ich mich wie bei Seven vs. Wild. Ich muss hier am Wasser langlaufen, an so einem Sumpf. Ja. Alter, okay. Okay. Also ich habe nebenbei einen Notruf abgesetzt. Krankenhaus. Ausrufe, 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 Zeichen. Okay. Ja, chillig. Chillig, ne? Ja, chillig. Chillig. Ich habe übrigens jetzt keine Waffe. Ja, ich habe... Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt zurückfahren, weil ich mir da noch eine Waffe besorgen muss. Danke, dass du hier gelaufen bist. Ich nehme dich in deinem Video richtig hoch, kann das sein? Ja, das kann gut sein, Freunde. Aber du darfst jetzt auch was kaufen. Ja, das ist aber auch, weil du das Auto hast. Damit hast du automatisch direkt mehr Macht. So, refill. Ja, wir können auch mit deinem Auto fahren. Ach, du willst mich nur aufs nehmen. Komm. Also, aber, wenn ich du wäre, was würde ich dann machen? Oh, das ist der Polizist, wetten, der da im Blau... Ja, lass den mal kippen. Da fahren welche zum... Ja, der Notruf. Der Notruf. Ja, komm. Das ist fein. Oder von Weitem. Warte mal. Von Weitem schon mal. Hast du einen Sniper? Nein, leider nicht. Ich muss mal so ein bisschen draufzuschießen. So, ich muss schon mal nachladen jetzt. Ja, ich laufe schon mal hin. Wenn ich du wäre, würde ich mit dem Auto auf der anderen Seite hinfahren und ihn von der anderen Seite angreifen. Okay, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. So, schnell dahin. So. Er ist ausgestiegen. Er knallt mich ab. Oh mein Gott, ich habe keine Energy mehr. Ich bade auch auf ihn. Ja. Sehr gut. Ich habe ihm schon ein paar Hits gegeben. Ja, sehr gut. Der hat nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. Komm von der anderen Seite. Der ist aber in seinem Auto drin. Ja, ich laufe zu seinem Auto. Von hinten ist... Bei mir hinten ist jemand. Ich weiß nicht, ob das ein... Oh, das ist ein Polizist. Das ist ein Polizist. Ich habe ihm noch mal einen Hits mitgegeben. Der hat gar nicht gesehen, dass ich auch ein Krimineller bin. Ich habe ihn ungebracht. Oh mein Gott. Der ist fast down. Der bei mir. Der ist ein brauner Auto. Ich komme zu dir her. Ich habe einen Reifen bei ihm kaputt gemacht. Ja. Okay, dann mache ich den anderen. Obwohl. Oh, der ist down. Ich habe ihn ungebracht. Der ist down. Junge. Okay, ich habe keine Munition mehr. Ich muss noch mal zum Waffen wieder. Junge. So nice. Ups. Äh, bist du blöd? Oh, mein Auto ist fast Schrott. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ohne Flax, Freunde. Ohne Flax. Bapo, wenn ich du wäre, würde ich ab jetzt fahren. Wir fahren jetzt zum Autohandel danach. Sobald es geht. Wenn ich du wäre, würde ich, sobald es geht, fahren. Weißt du? Das ist jetzt eine Long-Term-Aufgabe. Ja, okay. Wir müssen jetzt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann zum Auto wieder. Okay, also Freunde, wir wollen jetzt das Beste machen. Ich habe mir eine Bombe gekauft und wir werden danach dann zur Bank fahren. Und da den krönenden Abschuss feiern. Let's go. Also jetzt geht es auf zum Fahrzeugdealer. Ich glaube, wir haben die Polizei schon richtig gut aufgeschreckt. Wie viele Polizisten haben wir überhaupt? Vor allen Dingen, wir sind gleich alle auf dieser Seite der Map. Richtig gut. Ja, richtig gut. Wir machen uns das richtig schön schwer. Und wir haben bisher, lass mich gucken, ah, 0 Euro geraubt. Perfekt. Ich verliere auch die ganze Zeit Geld, ey. Gestern hatte ich noch über eine halbe Million und jetzt habe ich nur noch 400, was weiß ich, 1000. Okay, dann lass mal meinen Bugatti nehmen, der ist schön schnell. Oh, Vehicle damaged. Ja, okay, crazy. Ah, geht noch. Hat noch ungefähr ein Drittel leben. Freunde, jetzt geht es mit Vollspeed ab zum... Hast du eigentlich eine Bombe? Ich habe eine Bombe, ja. Ah, okay, gut. Ich habe keine. Ja, ja, war mir schon klar, dass du keine Bombe holst. Und dann geht es hier rüber. Sehr gut. Ja. Das hast du richtig gut gemacht. Ich habe übrigens fünf Sterne. Wie viel hast du? Auch fünf Sterne. Aber ich habe eine Leiter. Ja, okay. Also, dann mache ich mal hier... Oh, Mist. Okay, wir gehen nicht zur Bank. Wir gehen zum Containerhafen. Okay, aber auch wenn ich du wäre, würde ich jetzt den einen Polizisten versuchen abzuknallen. Ja. Ja. Okay, ich gebe mir Mühe. Da sind einfach mehr. Ich habe alle umgebracht. Ja, da hinten ist noch einer. Ja, lass den mit dem Baseballschläger umbringen. Ja, da ist einer. Ja. Aber das ist nicht der, den ich meine. Ist doch egal. Der hat seine Waffe... Ah, der ist tot. Der ist tot. Ich versuche auf der anderen Seite zu gehen. Ja. Ah, ich kann hier nicht rüber. Hier ist noch ein Polizist. Ich komme hier nicht rüber. Mist. Der ist in sein Auto eingestiegen. Achso, das ist okay. Ich habe ihn auch umgebracht. Hier sind noch zwei Polizisten. Hier ist noch einer. Oh mein Gott, der hat mich ab... Okay, der hat mich tasert. Der hat mich getasert. Mist, Mist, Mist. Aber der schafft es nicht in der Zeit. Der schafft es nicht in der Zeit. Oh, no, 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 no. Jetzt knallt. Oh, Mann. Ich kann ihn nicht abknallen. Ich versuche ihn abzuknallen. Ich bin in einem Polizeiauto drin. Oh, ich muss Energy trinken. Ich bin in einem blauen Polizeiauto bei dem Brauna. Oh, hier ist noch ein Polizist. Okay, das sind die, die wir schon umgebracht haben. Oh, weia. Er schreibt Bapo in den Chat, der mich verhaftet hat. Okay, 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 okay. Warum kann ich hier nicht rüber springen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Die dürfen mich nicht abknallen. Warum knallen die mich nicht ab? Sind die blöd? Oh mein Gott, ich kann abhauen. Oh mein Gott, ich kann abhauen. Äh, Freunde, ich würde sagen, Abo, wenn ich du wäre, würde ich jetzt das Video beenden. Ey, ich sitze dir im Auto. Leute, lasst alle ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt mir da einen Kommentar. Und ganz wichtig, schau dir das Video auf der linken Seite an. Rechte Seite. Rechte Seite an, wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao. Ciao.